Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play, für die misst alle Licht, mit dem Köln und mit dem Hendrik. Und direkt Licht, lol. Oh fuck. Ähm, Hendrik? Ja? Am besten kommt ihr alle mit Farben. Weil ohne Tin nix los. Ähm, lol, warum hat sich schon wieder meine, äh, warum haben sich schon wieder die, die, äh, die Verzauberung von meiner Hose weg heruntergepackt? Ich weiß nicht, was... Ja, was, was hat sich denn runtergepackt? Äh, Verzauberung hat sich doch mal nach Hause runtergepackt. Ja, du weißt schon, dass manche Verzauberungen nicht kompatibel sind. Ich konnte dann nur Schutz, Dorn und feurige Aura draufmachen. Und was ist jetzt passiert? Ja, ich hab's da draufgemacht und er hat sich dann einfach runtergepackt. Gerade eben, ich hab's Buch wiederbekommen. Dann hat's aber bei dir geleckt. Ne, aber ich hab noch nie die Erfahrung, glaub ich, nicht mehr wiederbekommen. Jetzt connecte, connecte, wieder mal kurz. Oh, der Pferd anaufliegt! Oh, Henrik. Hä? Disconnect und connecte mal wieder mal. Disconnect und connecte mal wieder mal. Ich hab ja jetzt wieder draufgemacht. Ja, jetzt geht's, oder wie? Ich hab jetzt mal ein bisschen die Dings weitergemacht. So ein bisschen die Panels. Panels? Mhm, aufm Weg. Ach so, du meinst, ähm, Solarpanel und so. Nein! Äh, Cover! Ach so, das meinst du. Das sind aber keine Panels, sondern Covers. Ja, Entschuldigung! Ja, passiert, macht nix. Trotzdem würde ich... Hey, ich hab mich über entschuldigt, ja. Ich hab mich entschuldigt. Oh, warte, ich mach schmiss die Uhr. Alter, Henrik, was machst du? Mach Testen rum, Hammann, hält man nicht. Warum? Daumen. Aaaaaaieeeer! Runterhol-Simulator. Was? Er übt. Mastöb- Irgendwas- Sim- Gibt's bestimmt. Orgasmus-Simulator. Orgasmus-Simulator. Gibt's bestimmt, lach jetzt bestimmt nicht, ey. Gibt's bestimmt, ey. Ja, natürlich. Es ist das Internet. Es ist das Internet, es gibt alles. Alles, was du dir denken kannst, gibt's bereits. Ach ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber wir haben jetzt noch einen Alveri-Blog. Yeah, Alveri! Oh, bald bist du fertig, mein Schatz. Oh, endlich kann ich... Irgendwie machen die neun Bienen viel mehr... Die haben eine höhere Effizienz, ne? Kann es gar nicht sein, eigentlich. Das ist unlogisch. Aber bei dem einen waren zwei drin, und bei den anderen Bienen vier, da ist immer mehr drin in der Kiste. Obwohl's gar nicht möglich ist. Ja, weil es andere Prozentschancen immer hat. Weil manche... Das sind ja nur Prozentschancen. Echt? Ich weiß nicht, was ich drauf vielleicht... Mach die eine jetzt... Äh, während... Ach so. Ja, weil... Bisher war's immer so, meine ich. Ja, meine Güte, sondern... Das ist das Komische. Dann hat die halt Lack halt, die Biene. Was ist los? Der Lucky Bee. Lucky Bee. Eine Lucky Bee. Eine Lucky Bee. Eine Lucky Bee. Eine Bee, die Lucky ist. Wobei, jetzt stellt sich die Frage, was ist sinnvoller? Die Polen? Oder das Jirola... Jili? Oh, ja. Weißt du, wie du einfach ganz schnell welche machen kannst, wenn du aufgepasst hättest. Weil ich komme so schnell nicht mehr zurück, Kai. Das weißt du. Alter, ich bin jetzt schon wieder voll zum Kotzen. Entschuldigung, was war jetzt, Chris? Du weißt ja, wie du einfach ganz einfach die verdoppeln kannst. Also, ich hoffe es mal, wenn du aufgepasst hast. Na, aber was soll in den Alveri kommen, ist die Frage. Ähm... Du machst einfach noch eine Industrie... Industrie... Wie die halt heißt. Ich kenne den Namen jetzt nicht mehr ausländisch. Industrielle und dann kommen die Imperialen in den Alveri. Mach einfach Indust... Soll ich dann die... Mach einfach jetzt noch ein paar Industrielle und dann kommt... Wie soll ich dann die Kultivierte raustun? Ähm... Die Kultivierte... Ja... Eigentlich... Oder... Ja, doch kannst du. Dann sind die so ein bisschen... Getrennt nennst du es mal. Alter, wie viel Kulti... Die ganzen Kultivierten kann ich ja eigentlich wegwerfen, die ganzen Stackweise? Nein. Nein. Oder wie viel soll ich behalten? Ah, die kann man in der Kiste einfach drin lassen, oder? Ja... Ich hab die eigentlich rausgetan und in den Bienen-Dingster-Bumms da rein, aber... Du sagst, du bist hier... Ach, du hast die ganzen in den Bienen-Dingster-Bumms da rein. Ja, natürlich. Ach so... Ja, okay, dann mach ich das auch. Weil ich weiß ja nicht... Weil es sind ja mega viele Bienen neu gekommen. Ne, weil es übel... Das sind richtig, richtig viele, die anderen, deswegen... Ich weiß. Was? Was ist los? Jetzt sind die hier drin. Was soll ich als Grundlage nehmen? Ne Meadows, oder? Meadows, immer Meadows. Meadows sind äh... Fickbienen. Meadows Princes. Ja, wir haben aber noch eine. Das brauch ich, ne? Ja, danach... Ich muss noch welche suchen. Ich weiß nicht, ob ich das... Ja, tut mir leid, ich muss die nehmen. Passiert, das ist meine letzte, aber ich glaub... Ich suche die aus Bienen, glaub ich. Ich suche die aus Bienen, glaub ich. Dann suche die aus Bienen, glaub ich. Dann suche die aus Bienen, glaub ich. Ich mein ja nur. Jetzt kommen die Schokoframe rein. Ich weiß nicht, aber ich find irgendwie... Die Bären lohnen sich nicht wirklich. Welche Bären? Bärenfarben, also die... Äh... Erzbären. Lohnen sich nicht wirklich, aber sie produzieren halt einfach so nebenbei. Ja. Das ist halt... Nostim die ganze Zeit... Oh, die äh... Die äh... Fertigen Imperialen produzieren jetzt schon im Überschuss, ne? Was? Echt? Also die Imperial 2 produzieren schon Bienen im Überschuss. Oh cool, das ist cool. Das ist echt schön. Und wie mir mal wieder keiner beim Farben helfen... Kein Wunder, dass wir dann... Ähm... Ich komm gleich. Farbenmangel haben. Also Rohstoffmangel, meinte ich. Der ist halt... Du sollst ihn mit einem Bienen züchten, wenn man das Deal für uns schreibt. Ja, Junge! Das ist einfach nicht mal so locker... Junge, wir haben noch nicht mal ein Alveri! Ja, eben. Wir können keine einzige ausgürzieren. Was glaubst du, was ich grad die ganze Zeit mach? Ich reißte grad mich an oder Hendrik? Henrik! Soja, das ist richtig. Weil mich anschreien bringt ja keinen Sinn. Achso ja, das ist richtig! Ja, ist es ja auch. Weil mich anschreien bringt ja ihnen keinen Sinn. Weil ich hab ja nichts gesagt. Haha, useless! Hallo Fleder... Gehen Sie weg da von meinem Quarz, Herr Fledermaus! Gehen Sie weg Herr Fledermaus! Gehen Sie weg Herr Fledermaus! Okay, ich hab jetzt noch zwei wieder fertig. Wow, noch fünf. Das dauert halt ewig. Das ist nicht mehr... Soll ich mal den Server dann einfach anlassen? Wo bist denn du? Bist du in der Hölle? Nein, in der echten Welt. Einfach zu den Höllen gehen. In der Hölle? Nee, nicht in der Hölle. Du kannst in die Hölle gehen, wenn du Lust hast. Ich tippe mich zu dir. Ich hab keinen Bock auf Hölle. Okay. Halt alles mitnehmen, was du findest. Halt auch Kohle und so'n Bullshit. Hallo Zombie! Erstmal hier teleportiert werde ich vom Zombie angegriffen. Komm Junge, wir haben Quantum-Sachen an, ja. Also beschwerte ich nicht. Aber wir brauchen alles, was wir finden. Wir haben von allem zu wenig. Deswegen hab ich ja gesagt, nimm alles. Selbst von Eisen. Und Kohle haben wir auch relativ wenig. Guck mal, wir haben... Ja, okay, das wär... Chris, ich hab ne Höhle gefunden! Echt?! Lava! Nee, wieso hast du die schon gefunden, oder was? Nein! Generell, weißt du, Kai... Kai teleportiert sich in die Höhle, weißt du, und sagt, boah, ich hab ne Höhle gefunden. Was ist das so... Nee, nee! Ich hab hier weiter gegraben! In der Höhle warst du doch noch nicht! Welche? Doch! Hier war ich doch! Ja, wo wär's denn? Achso! Wozu ist die Eisenbahn da? Nimm die XP-Büsche mal mit hier! Alter, wozu ist die Eisenbahn da? Äh... Hendrik, hast du jemals unsere Pläne irgendwie verfolgt? Das haben wir schon so oft gesagt, was... was da, ähm, für ne Eisenbahn hinkommt. Denk mal nach! Ach, das haben wir dir gesagt, du so... Oh, cool! LOL! Monsterherz! Monsterherz? Du meinst mit ne Taurenherz. Wenn dann... Ja... Dann sag doch das... Zombie mit dem in der Hand angelaufen! Ja, der hatte das in der Hand! Hä? Okay... Wieso? Was ist das Herz? Oh, du willst mir ein Herz schenken, wie lieb von dir! Er hat mir sein Herz geschenkt! Stirb! Aber auch mit seinem Leben! Ja, ja, ja! So geht das! So geht das! Man muss einfach nur einen abstechen und dann hat man sein Herz! Bah! Der ist ne feuchte Spalte! Oh, nee! Wir brauchen halt alles, was geht! An Rohstoffe! Und Hendrik kann eigentlich auch mitfarben! Dann kriegt er auch Level! Der ist zu dumm! E-Meralde gefunden! Das würde ja gerne, aber ich kann mich ja nicht zu euch tippen! Alter! Ich hab Fortune, ne? Vier E-Meralde! Chris! Besser! Chris? Ja, ich muss kurz den, ähm... Hast du zugehört? Du hast jetzt vier E-Meralde auf einmal bekommen! Ja! Aus einem E-Meralde! Lol, Alter! Übertreib einfach! Wir sind reich, Kai! Wir haben unsere Glückspringer wieder! In meinem Fortune! Du weißt doch, was ich anspielte! Ja! Glückspringer! Ja! Ja, ich hab ja Fortune 3 auf meinem Drill! Ja, ich hab auch! Icke auch! Ich auch! Ah! Hast du ein bisschen Esel? Ja, das wusste ich schon lange, aber das wollte ich dir nicht sagen! Ja, natürlich! Ich wollte dich nicht kränken, aber danke, dass du... Ich hab die ganze Zeit Cornflakes vor meiner Fresse! Ich ess die nur nicht, aber ich ess jetzt! Weil ich so ein Biest bin, ey! Alter! Nicht dein Ernst! Der Witz war jetzt nicht gut, Chris! Oh! Das sollte auch kein Witz sein! Falls du das meinst! Hehehe! Ja! Ich ess jetzt, weil ich so ein Biest bin! Fiete! Biest! Boah! War der schlecht, Alter! Ja! Ich hab gedacht, du wolltest das als Witz machen! Ich ess jetzt, weil ich ein Biest bin! Weißt du? Ich hab gedacht, du hast das als Witz gemeint! Mann! Boah! Bist du behindert, ey! Ich mein hier grad in der Spalte, ne? What the fuck! What the fuck! Boom! Boom! Das erinnert mich... Das erinnert mich an... Ne, das Soundpack ist hier nicht drauf, Chris! Mann, sorry! Könnten wir eigentlich auch drauf tun, oder? Oh, da sind zwei Ender tot! Und da ist, äh, sind, ähm... Steiner... Steiner... Versteinerte... Alter, hier sind jetzt vier Endermans, weil ich die beide getötet hab! Ja? Heul net rum, Alter! Sind... Fünf Enderperlen hast du... Oh, das ist erschreckt, ey! Schwester! Hier sind, äh, Stonebeen, ne? Ja, können wir mit! Hast du Stonebeen? Wenn du einen Kescher hast, nimmst du, ähm, mit... Ne, ich nehm's nicht mit! Ich hab Quantum Dust gefunden! Ja, ist doch cool! Wir haben keine Ahnung, was... Wenn du die unbedingt brauchst, komm her! Ja, ja... Also ich hab keine... Also wir wissen keine Ahnung, was... Für was man das braucht, Hendrik, aber... Trotzdem mitnehmen! Wir brauchen alles! Alles, was ein Sinido-Nagel-Fest... Die Höhlen-Spinnen-Spawner mach ich kaputt! Die brauchen wir nicht, oder? Die Höhlen-Spinnen sind voll sinnlos! Ja... Kaputt! Und die Büsche auch immer schön mitnehmen und so, gell? Aber die Bären, was die rauskriegen... Die Büsche, ja! Müllen nur eure Inventar zu! Die schmeiß ich immer weg! Ja, die Bären werf ich weg! Ich auch! Oh! Chris, ich hab jetzt 8 Emerald! Oh geiiiil! Hallo! Alter, wir hatten noch nie so viel Emerald... Wir haben nicht mehr so viel Emerald in unserem System, ne? So viel existiert noch nicht mehr auf der Komponente! Ach ja! Eine Sache, eine Sache dürft ihr wegwerfen! Und zwar... Silber! Nein! 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 Doch! Wir haben so viel Silber, vergleichsweise, ne? Na und? Trotzdem, alles... Nagelfestes mitnehmen! Alle... Und... Tchuuu! Alles, was nicht nied und... Ne... Alles, was nagelfestes... Hier, Hendrik! Ja, wir wissen, was du wieder denkst, ja? Da! Ist okay, Hendrik! Ja, ich bin rausgeflogen! Ja! Weil ich euch nicht gehört hab! Ja, nicht nur du! Du hast ja ans Internet wieder! Ja, ich weiß, danke! Bin ich! Das ist doch so! Darf... Darf man nicht mal die Wahrheit aussprechen? Die Wahrheit! Ne! Die Wahrheit! Die Wahrheit ist verboten bei Chris! Die Wahrheit kommt mir nicht ins Haus! Jetzt zieh dich mal rein! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Jetzt hab ich Dias gefunden! Oh, nee! Oh, nee! Mann, Alter! Das ist voll out! Aua! Nicht mitnehmen! Das ist nicht gut! Die Dias sind nicht schön! Die sind echt out heutzutage! Hör die Steine! Also, heutzutage sind ja immer diese Dias... Alter! Alter! Weißt du, wieviel Dias ich jetzt durch mein Fortune hab? Äh, 17? 18! Oh, guck mal! Guck dir das mal an! Wie krass ich einfach raten kann! Ich schwör's dir, ey! Ja! Falsch geraten hast du! Falsch geraten! Ja, aber weißt du, wie nah dran das ist? Du behinderte Stück Scheiße! Aber ich hab auch 31 Quarz! Wegen Fortune! Ich hab mega viel Quarz! Quarz ist immer gut! Quarz immer mitnehmen! Ich hab schon über einen Stack Quarz, Kai! Nur... Wo findet ihr bitte Quarz? Auf den Knicks! Wie sieht's denn aus? Habe ich nur 12 Ohr! Äh, weil wir Fortune aufm Drill haben! Ja, ich hab auch Fortune aufm Drill! Kann doch gar nicht sein! Auch Fortune 3? Ja! Kann doch mal wieder Cornflakes essen! Ja! Hm! Oh, hallo Lava! Hm! Soll ich überhaupt ne längere Folge machen? Doppel zu lang? Oder was sagst du, Kai? Ne Standard, oder? Ich weiß nicht, weil das ist ja eigentlich nur ne Farming! Ja, keine Special-Folge! Ja, aber wir können ja einfach mal... Du kannst ja auch länger machen! Wir können ja einfach mal sagen, wir haben... Ist eh ne Farming-Folge! Ich hab da nix dagegen! Ja, dann machen wir die doppel zu lang! Bitches! Weil ein bisschen Special muss aus sein! Ich muss es nicht hochladen! Ja, wird wahrscheinlich wieder 10 GB groß sein, aber naja! Mittlerweile kann ich mir auch überlauben, ein bisschen zu überziehen! Wird wahrscheinlich 10 GB groß sein, die Datei wieder! Oh, Gold brauchen wir auch, ja! Redstone? Naja, Redstone eigentlich nicht! Halt ich mir trotzdem Redstone mit! Okay, Redstone könnt ihr echt liegen lassen! Äh, können wir echt liegen lassen! Stimmt eigentlich schon! Okay, Redstone drin liegen lassen! Ja, Redstone braucht kein Mensch! Oder ihr könnt Redstone ab... Äh, Redstone! Ne, äh... Redstone könnt ihr abbauen für XP, aber mehr auch nicht! Also für Henry! Guck mal, ich bin jetzt schon wieder 22! Oh, da ist n' Busch! Da ist n' Busch! Oh, nee! George Bush! Oh, nee! Oh, nee! Bitte, nein! Komm schon! Ich werd jetzt klein in die Lava geschubst! Oh, nee! Oh, nee! Wie, oh, nee? Hast du die in die Hose gemacht, du, oder was? Ich hab schon 12 Emerald! Oh, nee! Äh... Alter, das... das... das hört nicht mehr auf! Aber wie groß die Höhle auch ist! Wo findest du den ganzen Emerald? Der Kai ist halt cool! Ja, Gerhard, nur die coolen Jungs finden Emerald... Ne, du meinst die uncool Jungs finden Emerald... Weil die sonst... Ne, 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 ne... Dadurch werden die halt erst cool, weißt? Oh, warte! Den Timer muss ich noch abstellen! Ich mach den... Der hat 20 Kai, du bist jetzt offiziell 20... Ich starte den Timer einfach neu, ne? Wenn der dann wieder... So, hast du einen Emerald gefunden! Wie? Oh, Dias! Oh, liegen lassen! Ich will aber keine Dias! Ich will Emerald! Dias ist nur was für... coole Leute! Oh, Mann, ich will aber uncool sein! Die Dias ist nur was für coole Leute! Also, Hendrik, gebt die Dias dem Chris! Gell, gell! Was hier noch keine Emerald verdient, um deine Coolheit zu verdienen, ja? Hol dir erstmal ein paar Emerald, ja? Wie, wie, so bei der Hoch... Oh, ich hab schon mit der Emerald gefunden! Wie bei so einer Hochschule! Wie bei so einer Hochschule! Du musst dir erst... Deinen Rang verdienen! Chris, ich hab's nicht so ein Emerald! Echt? Lol! Wir sind hier gar nicht ein Berg-Bio! Ja! Ich hätte eigentlich... Ich hätte... Ich hätte eigentlich jetzt vier Emerald ohne Fortune! Boah, ist ja voll behindert, ey! Na, wer... Wer geht schon... Wer geht schon meinen, ohne Fortune zu haben? Ohne Witz ist hier! Ich hab so mega viel Eisen und Stuff, gell! Ich hab, äh, ich hab ein Kisten-Card gefunden, das nehm ich direkt mal mit! Ja, immer mit! Den T-Card lass ich da! Den T-Card lass ich da! Uran, Stil, Uran statt Gold! Ja, ich hab für die ganzen Zombies herkommen! Ja, Monster-Spawner! Echt? Aber ein normaler Zombie, gell? Den kannst du eigentlich schliegen lassen! Zombies bringt dir eh nur verrottetes Flash! Das ist total sinnlos! Hör auf, dich zu zocksen! Hör auf, dich zu zocksen! Red Storm! Den Rest werf ich weg! Ich sag mal, an sich ist es nicht schlecht, aber es müllt mir alles das Inventar zu tun! Aber der ist ne 15! Ne, 15! Nee, das kann ich nicht auch müllieren zu tun! Der Rest müllt mir nur das Inventar zu tun, oder? Brauchen wir ne Famium-Achse eigentlich? Das ist die schlechte Famium-Achse nur! Also nicht die guten! Ne, um Gottes Willen! Brauchen wir nicht! Aber das, 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 äh... Das Kart brauche ich auch nicht! Wir haben auch schon ein paar Karts! Ja, dann brauchst du sie echt nicht! Lass einfach alles legen! Wir haben Karts! Hendrik hat Mario Kart! Und? Weg! Brauchen wir nicht! Ich brauch grad so 10 ab, genau fertig, mit 10 abbauen und weg! So, wirklich auf die Sekunde, wo du gesagt hast, weg, war's weg! Oh, ist so Skalkai! Ich kann halt... Oh, ich hab immer halt gefunden! Ich kann halt nämlich auch deine Gedanken, äh, sehen! Alter! Aber ich hab nur einen Emerald bekommen diesmal! Ich hab immer viel Emerald bekommen und diesmal bekomm ich einen, ja? Ja, und? Da hast du ja jede Menge Emerald! Dafür hab ich jede Menge Quantum Dust, ja! Ich hab ganz viel Eisen, äh... Was ist Quant... Du meinst Quarz Dust! Ein Quantum... Quantum, dieses... Grüne... Das ist Quantum Dust! Wo wir nicht wissen, für was das wir brauchen! Ach so! Oh, nee, das kannst du wegwerfen! Nein, Mann! Das behalten wir! Das behalten wir! Doch, das brauchst du nicht! Das behalten wir! Das behalten wir, wenn ich's... Nee, das brauchst du nicht! Nee, das behalten wir, wenn du's wegschmeißt, ja! Das müllt doch nur unser System zu! Wenn wir's brauchen, dann eher... Wenn wir's brauchen, dann eher... Wenn wir's brauchen, dann ärgern wir uns, dass wir's weggeschmissen haben! Ist einfach so! Dann... Dann hol ich's für euch! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ja, du gehst freiwillig gemein, ja! Nein, 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 nein! In welcher... In welcher Zeitperiode lebst du denn bitte? In meiner! Das glaub ich stehen wir nicht! In meiner Zeitperiode! Oh mein Gott, oh mein Gott! Echt? Ach, echt cool! Verstehen wir uns? Nein! Jetzt, eh, 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 eh! Eischloch! Habt ihr ja wieviel Zinn, haben wir eigentlich noch? Ja, wir verstehen uns nicht! Ja, wir verstehen uns nicht! Ich hab nicht viel, weil ich so tief bin! Ich bin so tief wird. Dann geh mal höher, ihr Wickkruppel, Hurensohn, Spastis, ey. Wir brauchen alles! Aber ich hab immer Wild gefunden! Aber ich hab immer Wild gefunden! Quats! Eines Quats! 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 Loll, die Spinne kann mich nicht vergiften, ne? Weil du so immer gepanzert bist, oder was? Ja, die kann mich nicht vergiften! Die kann mich nicht vergiften! Weißt du, wie ich die Spinne töte? Ich lass sie mich angreifen! Ja, mein bester, ey! Ja, das ist lustig! So, wie töte ich heute meine Spinne? Ja, die soll sich erst mal selbst an mir töten! Ja, die fängt dann an zu brennen! Ja, Mann, passt auch! Sonst stirbt ein Elendig! Wollt ja mein Inventar schon wieder fallen! Höhe 40 hatten wir ungefähr, ne? Ich mein, 40 war so! Was denn? Die perfekte Höhe! Für 10! Ja, mein ich auch! Erst mal 10 finden! Echt? Hast du? Aha! Bombischäle, wer will den schon! Feuerstein, brauchen wir den? Äh, nein! Blind, ne! Und tschüss! Redstone! Oh, erst mal 10 finden! Bei mir raten, Kakaoboden brauchen wir auch nichts? Nn, nicht mehr! Wir haben ne Farm gebaut, letzte Folge! Bei was denn? Ne, nicht letzte Folge, letzte Aufnahme ist ein Kakao! Oh ja! Also ne, nicht vollautomatisch, ne einfache eine! Eh, wie einfach! Oh, ich bin auf Höhe 40! Ich bin 39! Nicht gut! Wieso das denn, Chris? Wieso das denn, Chris? Was soll das? Schäm dich! 24! Äh, 42! Äh, ne, 4! Doch, 24! Ja, schäm dich! Geh auf 40! Und ich hab TIN gefunden, direkt! Warum soll ich auf 40? Weil da, wir, da gibt's am besten TIN! Wegen TIN! Oh cool, noch mehr von diesen komischen TIN! Und KOPPA brauchen wir auch langsam wieder! Da findet man am meisten ZIL und KUPPER! Und EISEN! Und alles! 40 ist eigentlich die beste Höhe für das Zeug, was wir im Moment brauchen! Okay, aber ich hab jede Menge von diesem komischen TAST gefunden! Interessiert aber keinen, welchen TAST du findest! Außer wenn es Quartz TAST ist! Oder Klauston! Ja, Klauston ist auch schön! Willst du Klauston in der echten Welt finden? Du bist auch so'n Held, ey! Gar nicht! Ich wollte nur sagen, dass es schön ist, du's zu finden! Ja, aber trotzdem! Obwohl, wir haben 36 Klauston, das noch! Also, so ist es ja nicht! Ja, wenn du wieder gefarmt hattest, weil wir hatten mal nix mehr! Ja, ich weiß, aber nur so'n bisschen! Oh, Junkfehler hab' ich! Junkfehler, Junkfehler hab' ich! Oh, ne! Als Gravel bekommt man ja immer Flint mit Fortune, ne? Echt? Oh, ne! Ja! Wusstest du das nicht? Doch, doch! Also, ich muss kurz disconnecten, weil ich n' Chunkfehler direkt vor meiner Fresse hab' Deine Fresse ist n' Chunkfehler! Du bist n' Chunkfehler! Deine Mutter ist n' Chunkfehler! Wieso ist die ein großes Loch irgendwo in der Welt? Wille? Ne, Loch ist Loch, ja! Oh! Oh, Chris! Mit mir vielleicht! Chris! Kai! Chris! Kai! Alter, wie viel Fehl? Chris! Wie viel Fehl? Wie viel fucking Pilze? Hendrik! Hendrik! Mann! Hendrik! Meine Güte, macht er nicht mit, dieser Mongo. Chris! Kai! Chris! Ihr Säcke! Okay! Was? Ihr Säcke hatte ich. Okay, okay! Hendrik! Hendrik! Chris! Hendrik! Kai! Kai! Chris! Hendrik! Christian! Chris! Oh ne, falsch. Christian! Du darfst dich nicht selbst nennen! Oh ne, scheiße! Chris hat verloren, er hat sich selbst genannt! Hat verloren! Nein! You lose! Bitch! You lose! Game over! Gehe, gehe, re... Aua, 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 aua! Arschloch. Ich glaube, das kleine Mädchen ist wieder da. Da war so ein Silberfisch, der hat mich angegriffen, ey. Der Arschloch. Jaja, jetzt wieder ausreden. Das war keine Ausrede, das war echt so! Deine Mutter war so. Weh, du warst so, Arsch. Das tut mir aber leid. Nee, nee. Das tut mir aber leid, du. Das tut mir echt leid. Ich wollte nicht so beleidigend sein, aber ich wollte doch eigentlich schon beleidigend sein. Ich versteh' ich jetzt nicht, was ich sagen wollte. Egal. Ich wollte nicht beleidigend sein, während ich doch beleidigend sein wollte, obwohl dich nicht beleidigend bei den nicht beleidigend beleidigend... Ich bin fabriert. Ich auch. Chris! Helf mir! Kai! Chris! 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 Help! Leute! Chris! Hendrik! Nee, falsch. Kai! Kai! Henrik! Chris! Essen! Nein! Essen! Nein! Essen! Nein! Nein! Warum? Essen ist doch gut! Ja! Okay! Hendrik! Essen! Uran ans Gold! Uran statt Gold! Uran statt Gold! Uran ans Gold! Uran als Gold! Warum Gold brauchen wir aber wichtiger als Uran, weil wir noch kein Uran... Gell! Guckst du, der Hendrik sagt, dass wir einen Atomreaktor bauen sollen, ja? Hab ich nicht gesagt! Ich hab nur gesagt, Uran ans Gold! Ja und? Aber die Aussage bestätigt meine, dass wir einen Atomreaktor bauen! Er ist ein Atomreaktor! Ich hab gesagt, Uran ans Gold! Ha die Fresse, man! Wir bauen einen Atomreaktor bald! Oh! Was ist das? Was ist das? Deine Mama! Das ist so gelb! Oh ne! Das ist ein Monster! Was ist das? Ist das ein Christ? Ist das ein Lebewesen? Ist das lebendig? Ist das eine Banane? Nein! Gleich nicht mehr! Oh nein! Bitte keine Banane! Bitte keine Banane! Eine! Wunderschöne! Banane! 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 Was ist das hier? Eine Banane! Banane! Zulfur! Was? Was macht man mit Zulfur? Keine Ahnung! Wenn ich jetzt soz? Oder, oder, ich mutz es? Ich hab Zulfur in der echten Welt gefunden! Bin ich in Sand? Ja, das hält sich auch gerne bei Lava auf! Nee! Daraus kann man Gunpowder machen! Salpeter bekommt man aus Sand! Daraus kann man Gunpowder machen, oder? So ein Trank! Was bringt der Trank? Wenn ich das wüsste! Können wir aus Salpeter auch diese komische Salpeter-Wolken machen? Keine Ahnung! Ich glaub nicht! Denk ich schon mal nicht! Außerdem ist das was anderes! Außerdem ist das Zulfur, ja? Und das sind Zulfur-Wolken, glaub ich! Tschüss! Ach so! Das braucht man für die... Das braucht man für diesen einen Mod da! Für... Ach, wie heißt der Mod? Wo ist diese... Der Mod, der mit Solar geht! Ähm, ich glaub... Ähm, 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 ähm... Komm, sag's mir! Ähm... Ähm... Minecraft Factory Reloaded, oder so? Für den Mod braucht man das? Was? Die Quantum Scherben... Äh, das oder was? Nein! Nee, das Zeug war dieses Zulfur! Können Sie mal gucken, wofür wir den Quantum Dust brauchen? Guck doch nach! Wieso? Oh! Du hast den Quantum Dust! Ich nicht! Chris, weil das ich überhalte, ja? Also du kannst... Ja, nimm den Quantum Dust in die Hand, ja? Halt die Maus drauf und druck... Äh, äh, uh! Dann siehst du, was man daraus machen kann! Uh! 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 Du musst nicht unbedingt reisen, dass es angezeigt wird! Uh! Wenn es nicht ange... Zeigt wird, dann gibt's kein... Kein normales Crafting Rezept dafür! Gibt's auch nicht! Dann muss man es, wenn... 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 Wenn man es verarbeiten kann, irgendwie anders, na? Ohne mal, ich hab so mega viel... Scheiß einfach gefunden! Aber einfach... Nur keinen Tinten und Copper, ey! Das ist echt so, Alter! Ich hab, ähm... Einen Spawner gefunden! Ich auch! Einen Dungeon! Einen Zombie! Das ist ein Monster! Ich auch! Oh cool, Kai, ich seh dich auf der Karte! Hallo! So viele Zombies! Mal gucken, was es hier gibt! Brot? Nein! Strings? Nein! Gunpowder? Nein! Nein! Copper? Nein! Äh... Brauchen wir nen Sattel? Fein! Hm... Nummel! Hallo Griefer! Hallo Griefer! Hallo Griefer! Hallo Griefer, Kai! Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund war nochmal, dass wir Dings mitnehmen sollten, ähm... Ja! Ähm... Mossi! Hm... Nö, eigentlich nicht! Doch, wenn wir uns so hammer oder so nochmal mal... Also Mossi ist immer gut mal mitzunehmen, finde ich! Nö, ich lass das liegen bei meinem... ähm... bei meinem Dings aus dem E-Halt zerstört durch der... durch dem... Scheiße, Wasser! Bei mir leckt es irgendwie so ein bisschen... obwohl ich irgendwie 60 frames hab... so ein Eindruck, dass es hier irgendwie leckt an der Stelle... Vielleicht ist ja hier etwas besonderes... Das ist ein Spawner! Geh kaputt! Loll, ich zerschlag den Spawner und in dem Moment spawnt ein Zombie, ja? Beste! Also wie ich ihn zerschlagen hab, genau in demselben Sekunde! In der selben Sekunde! Loll! Ernsthaft? Die 15 Minuten sind ja nochmal... Schon mal rum! Loll! Ja... Ja... Ja...